Episode 7 von The Last of Us, beziehungsweise The Last of Us Left Behind in Serienfassung. Ja, ihr werdet es wahrscheinlich schon sehen, dieses Video ist etwas kürzer als die anderen, denn ich kann vorwegnehmen, ich habe nicht so viel zu dieser Folge zu sagen. Leider aber auch irgendwie vorhersehbar, finde ich. Aber was ich damit meine, das kommt jetzt dran und deswegen labere ich nicht weiter rum und sage direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, erstmal muss ich meine Prediction von der letzten Folge, beziehungsweise von der letzten Recap-Folge zurücknehmen, beziehungsweise korrigieren. Nicht in dieser Folge muss erst ein weißes Kaninchen im Schnee erschossen werden mit einem Pfeil. Das kommt nächste Folge. Da aber zu die Predictions kommen wir gleich, was heißt Predictions, das ist eigentlich schon relativ safe, was jetzt die nächsten zwei Folgen genau passieren wird. Aber hier soll es jetzt erstmal um Left Behind gehen. Ja, ich wusste, dass es dazu eine Folge gibt, ich wusste aber nicht, wo sie sie genau hinpacken, aber dann ist mir aufgefallen, ja, Left Behind ist ja im Prinzip ein Flashback-Zwischenstück zwischen dem, was jetzt in The Last of Us Hauptstory passiert und halt wie es dann weitergeht mit der Hase-Erschieß-Szene, ist ja mehr oder weniger so ein Mittelstück, weil uns ja auch ein bisschen erklärt wird, okay, wie hat Joel es eigentlich geschafft zu überleben. Aber gehen wir direkt mal in die Story, beziehungsweise gehen wir direkt mal in die Folge rein. Ja, Left Behind, es gibt es nicht viel zu sagen, es ist ein DLC zu The Last of Us gewesen und was soll ich sagen, mehr oder weniger, rein vom Story her, rein von der Story her, haben sie wirklich eins zu eins gecopy-pasted. Also das war jetzt wirklich, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, war das für mich die akkurateste Verfilmung oder Verserium. Heißt das in der Serie eigentlich auch Verfilmung in dem Fall? Wahrscheinlich schon. Egal, schreibt es gerne in die Kommentare, wer es wisst. Auf jeden Fall, es war bis jetzt die akkurateste Adaption in dieser Serie aus dem Spiel. Denn hier hat irgendwie alles gepasst. Dialoge waren eins zu eins drin, Outfits, beziehungsweise das Design, ich muss auch sagen, Riley fand ich sehr, sehr stark getroffen, wirklich, das war wirklich, wirklich gut. Szenerien unfassbar akkurat getroffen. Der ganze Ablauf, wie das passiert, quasi wirklich die Story, hat eine Linie fortgeführt und das war sehr, sehr stark gemacht, muss man sagen. Also wirklich, das war super gut gemacht. Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch sagen, ja, es war halt, die Vorlage gab es schon. Man musste im Prinzip einfach wirklich Steuerung C, Steuerung V, Copy-Paste und fertig ist das. Ist ein Vorteil, ist aber vielleicht auch ein Nachteil, weil es halt deswegen halt auch so, wie sage ich das am besten, so plump wirkt. Weil man wusste, dass es kommt und man wusste, wie es hundertprozentig umgesetzt werden kann und wird. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, muss ich erstmal sagen, Bella Ramsey hat in dieser Folge, finde ich, die schauspielerische Leistung vom Anfang bis jetzt nochmal getoppt. Allein nur die Szene, wo sie halt, Spoiler, rausfinden, dass sie beide gebissen sind, war einfach hammergut gemacht. Wirklich, also sie hat das so überzeugend dargestellt. Aber auch allgemein dieses, was ich von Anfang an so gut fand an ihrer schauspielerischen Leistung, dieses wirklich Kindliche von Ellie noch, aber trotzdem auch dieses schon Erwachsene, beziehungsweise Reifere halt, war einfach top getroffen, muss ich sagen. Auch die Schauspielerin von Riley fand ich, wie gesagt, top besetzt. Auch vom Schauspieler her super gut gemacht. Ja, und alles in allem war die Folge sehr gut. Es war eine gute Folge, es war halt eine Filler-Folge mehr oder weniger, aber wie gesagt, es war auch zu erwarten. Es war jetzt nicht so wie mit Frank und Bill. Ja, so heißen die. Es war nicht wie bei Frank und Bill, dass es quasi einfach wirklich ein Filler war, der einfach nur gefillt hat. Nein, hier, das war jetzt in dem Fall einfach so, wir wussten, dass es kommt. Es war einfach nur eine Frage der Zeit, wann diese Folge kommen wird. So alles in allem würde ich der Folge, bewertungstechnisch, boah, ja, würde ich mal sieben, acht, sagen wir mal acht von zehn, weil es halt einfach eine gute Folge war. Es war super gut gemacht. Optisch genial, dieses ganze Kaufhaus, dieses Verfallene. Man hat viel mehr von der QZ gesehen, was ich super gut fand und auch ein bisschen mehr von der Federer Schule, sage ich mal. Es war echt gut gemacht. Es war viel, einfach gut umgesetzt und schön umgesetzt vor allem. Kommen wir jetzt zu zwei Punkten. Das Video wird sehr kurz sein. Kommen wir jetzt zu zwei Punkten, die ich nicht so gut fand. Punkt eins, ich habe wirklich gehofft und gedacht, weil es für mich im Trailer, also in diesem Teaser-Trailer zu dieser Folge auch irgendwie so rüberkam. Ich habe echt erwartet, dass wir ein bisschen mehr Zombies sehen, beziehungsweise Infizierte, weil wir wissen alle, und das sind wir uns auch in den Kommentaren, sind wir uns da alle einig und auch die komplette Community von The Last of Us, ist sich da einig. Wir haben zu wenig Infizierte. Es ist zu wenig. Hoffentlich wird das jetzt in den nächsten zwei Folgen noch besser. Bitte. Weil die sehen einfach gut aus. Sie sehen gut aus. Die Schauspieler, die die Infizierten verkörpern, machen es so gut und ich würde so gerne mehr davon sehen. Wir haben bis jetzt nur einmal eine Klicker-Szene. Warum? Ja gut, dann diese ganze große Horde. Ja, da waren gewiss auch ein paar Klicker dabei, aber das, ja, es waren Klicker dabei, aber das war halt so ein... Aber so wirklich so eine Kernszene, wirklich wie man sich versteckt, wie im Museum. Dieses Verstecken, diese Angst, die sich aufbaut für... Wegen den Klickern. Bitte, das wäre so gut, wenn das noch kommen würde. Wie gesagt, Punkt eins. Ein bisschen zu wenig Infizierte. Ich hätte ein bisschen... Also klar, es ist halt nur ein Infizierter gewesen, der effektiv die beiden gebissen hat. Ja, aber ich hätte gerne mehr gesehen. Vielleicht auch einfach wirklich nur die da rumliegen, oder ich weiß es nicht, aber ich hätte gerne mehr gesehen. So, das ist das Fakt. Und Punkt zwei. Äh, diese Folge, muss ich ehrlich sagen, war mir ein wenig zu akkurat am Spiel. Denn das Ende ist ja wirklich eins zu eins, wie im Spiel. Sie werden gebissen, sie realisieren das, reden über ihre Möglichkeiten, ne? Oder einfach gerade so weiterleben bis zum Tod. Romantisch, romantisch. Dann kommt Hardcut zu Joel und Ellie. Wie Ellie sagt, okay, hier komm, ich helfe jetzt Joel, nähe ihn hier zu, bla bla bla. Und Ende der Folge. Bin ganz ehrlich, da haben wir jetzt schon öfter sich erlaubt, die Story ein bisschen zu ändern, um halt irgendwas zu strecken, zu dehnen. Ein bisschen mehr Story reinzubringen. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte es super cool gefunden. Vielleicht hätte es auch ein bisschen diese Atmosphäre von Left Behind kaputt gemacht. Aber ich hätte es echt cool gefunden, wenn wir weiter gesehen hätten, was wirklich jetzt noch effektiv passiert ist mit Riley und Ellie nach dem Biss. Dass Ellie merkt, okay, ich verwandle mich nicht. Dass Riley sich eventuell verwandelt und Ellie sie wahrscheinlich ja dann umbringen muss. Das hätte ich gut gefunden, wenn sie das mit reingebracht hätten. Das hätte nochmal ein kleines bisschen mehr Würze gegeben. Hab ich ein bisschen vermisst, weil ich dachte, komm, ihr spielt ein bisschen damit, ihr packt ein bisschen mehr in die Story rein, als es eigentlich war. Warum nicht hier? Wer, also für mich persönlich, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gefunden hättet. Ich hätte es übel abgefeiert. Ich hätte es mega hart gefeiert, wenn wir gesehen hätten, okay, Ellie merkt, die Infektion breitet sich nicht aus. Riley verwandelt sich oder ist kurz davor und halt das ganze Drama. Nicht noch großartig, aber ein bisschen, nur so ein kleines bisschen weiterführen, wäre für mich echt cool gewesen, muss ich sagen. Das waren so die zwei Punkte, die mich ein bisschen gestört haben. Ja, und das war es mehr oder weniger schon mit dem Recap zu der Folge. Also ich kann nicht sagen, es ist schlecht, ich kann nicht sagen, es ist super gut, ich fand es solide, es war eine super gute Folge in der Hinsicht auf akkurates rüberbringen aus dem Spiel, super gut gemacht. Und ich sage mal so, das wäre auch so eine Folge, wie gesagt, es ist ja eine Filler-Folge, mehr oder weniger, aber es wäre auch keine Filler-Folge, die ich skippen würde und auch eine, die nicht, oder eine, die was Irrelevantes erzählt, war es halt auch nicht. Sie hat wirklich alles, was wir da gezeigt bekommen haben, hat irgendwo hinten raus einen Sinn und Zweck und bringt uns, oder hat uns was in der Story weiter erklärt, wie zum Beispiel, okay, da war halt Riley und wir wurden gebissen und das war so mehr oder weniger ihr erster großer Verlust und auf überhaupt Ellis Interessen, so auch auf Bezug jetzt, nicht nur auf Liebe, aufs Geschlecht, sage ich mal, sondern auch in Bezug auf, okay, was mag sie? Zum Beispiel, sie mag zum Beispiel Mortal Kombat, wir haben es mehrmals gesehen, Plakate hängen da, sie haben das Spiel gespielt und sie hat es aber noch nie gespielt, das war das Coole, sie findet es cool, hat es aber noch nie gespielt, was halt das so richtig dynamisch gemacht hat irgendwie. Deswegen absolut solide Folge. Für mich absolut die Daseinsberechtigung da und jetzt kommt meine, ich sage mal, letzte Prediction, weil es ist definitiv Fakt, es wird so kommen. Nächste Folge bekommen wir den Ellie allein im Schnee Part mit hoffentlich, wenn das nicht der Fall ist, raste ich aus, wenn am Anfang nicht dieser scheiß Hase mit einem Pfeil geholt wird, bin ich traurig. Ich glaube nicht, dass das zeigen werden, keine Ahnung, ich glaube es irgendwie nicht, aber ich hoffe es, ich hoffe, dass das kommt, das wäre so cool für mich, ich würde mir die Stelle glaube ich dreimal angucken und ja, dann halt, David kommt dazu und wir haben Spaß und Ellie hat einen schönen Rage, hoffentlich, dass wir ihn genauso sehen wie im Spiel, vielleicht sogar ein bisschen brutaler, das wäre so geil. Joel bekommt so eine kleine Rage beziehungsweise Badass Szene und ich bin echt gespannt, wie Pedro Pascal das umsetzt, weil das wird er gut umsetzen können, das was halt da kommt, das wird gut sein, das wird in der nächsten Folge passieren und dann in der letzten Folge kommen wir bei den Fireflies an, wo auch wieder, wie heißt sie nochmal, die Frau vom Anfang, ich hab den Namen vergessen, irgendwas mit M, ne, Maria, ne, das war die Frau von Tommy, keine Ahnung, diese eine Frau da, die Firefly Tussi, kommt zu den Fireflies, wird gesagt, okay, Ellie ist immunpotenziell, der Koldi selbst auf dem Gehirn mutiert, sie müssen Ellie töten, um das Gegenmittel zu bekommen und dann, ne, es findet halt alles seinen Lauf und dann wäre ja, wie gesagt, meine Prediction, die bleibt auch noch stehen, dass wir wahrscheinlich, und da gehe ich einfach mal stark von aus oder ich fände es super gut, weil das ein super guter Teaser wäre, vielleicht machen sie auch das Post-Credit-Szenen so in der Richtung, dass wir Abby sehen. Ich bin gespannt und ich gehe stark davon aus, dass wir Abby zu sehen bekommen, einfach als Teaser für Staffel 2. Glaube ich, das wären jetzt meine Predictions, wie gesagt, also auf jeden Fall, die Story-Inhalte der nächsten Folgen sind klar, aber wie gesagt, Hase, Ellie's Rage, Joel's Badass Rage und Abby, das sind so meine vier Predictions und Hoffnungen und Wünsche für die nächsten zwei Folgen, sage ich mal. Und ja, das war es jetzt mit dem Video. Ja, wie gesagt, es ist kürzer geworden, als ich dachte, wahrscheinlich, ich habe es ja noch nicht geschnitten, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem unterhalten, vielleicht ist es auch mal angenehmer, so ein kürzeres Video, aber wie gesagt, für mich gibt es jetzt auch nicht viel zu sagen. Ich kann mal eine Sache noch anteasern, ich werde demnächst mal anfangen, ein paar YouTube-Shorts zu machen und da werden auch Shorts von den Easter Eggs in den verschiedenen Folgen kommen, von The Last of Us unter anderem, könnte ich natürlich jetzt hier auf alle Easter Eggs eingehen in diesem Video, aber das nutze ich einfach mal für die Shorts. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr wollt, dass ich Shorts mache, also ich werde es mal probieren. Wenn ihr Ideen habt, was ich noch für Shorts machen könnte und ob ihr, wie gesagt, ob ihr die Idee gut findet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich höre gerne auf das, wenn man es gut in einem Short verpacken kann, warum nicht, da wird auch der Schnitt halt ein bisschen anders sein als das hier, das ist ja meistens relativ unspektakulär geschnitten, ne, an der Stelle. Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber auch an und für sich, wie gesagt, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie fandet ihr die Folge? Gut, schlecht, unnötig, nicht unnötig und was denkt ihr? Diese vier Themen, die ich angesprochen habe, wie gesagt, Hase, Ellie Rage, Joel Rage, Abby, denkt ihr, das kommt in den nächsten paar Folgen vor oder eher nicht? Lasst es mich gerne wissen und ansonsten würde ich sagen, wenn euch Videos dieser Art gefallen und ihr auch vor allem die letzten Recaps noch nachholen wollt, checkt gerne die Playlist aus, die ist hier gleich verlinkt und dann auch noch natürlich gerne den ganzen Kanal und das Video euch für The Walking Dead oder für Filme und Serien im Allgemeinen, checkt den Kanal aus, hier findet ihr vielleicht was, was euch gefällt. Ich würde mich sehr darüber freuen und dann würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen, ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch und ja, bis dahin bin ich aber erst mal raus. Ciao.